hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich freue mich von ganzem ganzem herzen dass du hier bist auf meinem kanal und dir die informationen und daten anschauen ist die dich und dein leben bereichern können mir ist es eine riesenfreude wenn ich dir dabei helfen kann leichter über die brücke zu kommen damit du deinen mind dein kopf einfacher und besser ausrichten kannst um im außen das leben zu kreieren und innen auch das leben in dir zu haben was du wirklich willst ich habe richtig richtig bock hier mit dir veränderung durchzugeben und ich freue mich natürlich umso mehr wenn du so weit und bereit bist mir auch deine meinung in den kommentaren unter meinen beiträgen zu schreiben wie du das siehst wann du so etwas in deinem leben schon mal festgestellt hast oder ob du eventuell sogar auch ganz andere ansicht bist und neue erfahrungen gemacht hast ich freue mich auf jeden fall auf einem regen meinungsaustausch und bedanke mich nochmal dafür dass du hier bist